Am 9. Juni sind die Wahlen zum Europäischen Parlament. Jede Stimme zählt für unsere Demokratie. Dafür kämpft Gaby Bischof seit vielen Jahren für soziale Gerechtigkeit und für gute Arbeit. Deshalb geht Wählen am 9. Juni zur Europawahl. Am 9. Juni ist Europawahl. Und diese Europawahl ist eine Richtungswahl. Wir entscheiden uns nämlich dieses Jahr für das Europäische Parlament. Und es geht um einen Richtungswechsel. Wir brauchen ein demokratisches Europa. Wir brauchen ein Europa, was entschieden Rechtspopulisten entgegensteht. Wir brauchen ein Europa, was für Klimaschutz einsteht. Wir brauchen ein Europa, was für soziale Gerechtigkeit steht. Und all das können wir erreichen mit der SPD, mit Katharina Barley und mit Gaby Bischof. Wir brauchen ein Europa und die Flöschung. In 2010, Personen die Flöschung zusammengezogen ist. Und alle, da geht es wieder um die Flöschung zu schämt. Wir brauchen ein paar Minuten zu schärb. Wir brauchen ein hier über die Flöschung. Wir brauchen ein Platz. Wir brauchen ein paar Flöschung. Untertitelung des ZDF, 2020